Oh. Wo muss ich hin? Ich seh halt nichts. Bei mir ist alles schwarz. Wow, das bringt gar nichts. Ich seh immer noch nichts. Ich hab'n Duster. Ich seh nur, da ist der Tod, da ist der Tod, und hier ist der Tod. Okay. Äh. Ist hier irgendwo ne Blume, mit der ich mich rüberziehen kann? War das denn überhaupt richtig, dass ich hier reingegangen bin? Ist es bei euch eigentlich auch ein bisschen heller geworden, oder genauso wenig wie bei mir? Also gar nicht. Okay, der Soundtrack ist zwar grad echt geil, aber, äh... Was muss ich tun? Ich hab' nicht gesehen, dass man hier drauf kann. Okay, alles klar. Ja, kann man hier weiter? Okay. Okay, der Soundtrack ist grad echt ein bisschen laut, ne? Man hat Kena überhaupt nicht gehört. Ich hab' nicht gesehen, ob man hier runter kann. Kann man aber, okay. Kann man hier runter? Offensichtlich. Es ist alles schwarz hier. Oh, holy shit, Alter. Oh, nee. Äh. Wo muss ich denn eigentlich hin? Uh. Wah. Ich dachte, hier wär' ich safe. Aber nope. Äh. Hä? Wie kurz? Ah, w- Hä? Hä? Boah, ey. Ah, nee. Okay, das muss ich auch erst aktivieren. Boah, was ist das? Boah, was ist das? Äh. Muss ich hier hoch? Boah. Boah. Oh, holy shit, Alter. What's going on here? Ist das hier das Zentrum von allen? Sind wir hier im, im... Im Herz. Gestorben. Wow. Uh. Das war... Dumm. Das war einfach nur dumm. So, Blume. Plattform. Wow. Timing. Am besten vielleicht mal sprinten. Boah, Alter. Was? Ich dachte, da kann man drauf. Ich dachte, da kann man drauf. Ich dachte, da kann man drauf. Man wird da fast nicht gesehen, ey. Okay. Boah. Ist einfach nur ein Licht, ne? Okay. Jetzt bin ich echt mal... Ja, das sieht mir nach einem Mega-Boss-Fight aus jetzt, ne? Nichts? Nichts? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaub, wir sind dem Ende sehr nah, ne? Das war's für heute. If anyone could find a way, it would be a dealer. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hunter. I know it's hard to revisit the past. Sorry, Freunde. Also, so. Nee. Moment. So. Mal gucken. I'm glad you've come, Kena. I believe you can help her find peace. Be careful. Ja. Das werde ich sein. Vorsichtig. Aber gleich nach dem, äh... Es ist wirklich... Ich find die Musik zwar wunderschön, aber... Warte mal. Direct X12? Warum ist V-Sync... Hä? Warte mal. Hä? Das hat sich... Das hat sich alles verstellt! Was? So, wir brauchen nur 60 FPS, Tiefenschärfe, Ultra... Warum hat sich das hier verstellt? Nach dem Update. Bis wahrscheinlich. So. Direct X12 wird wahrscheinlich die Leistung verbessern, wurde aber noch nicht so umfassend getestet. Äh... Ich bleib mal bei Direct X12. Oh, läuft gleich wieder viel flüssiger, ne? Seitdem ich's wieder auf 60 FPS gedrosselt hab, Freunde. Klar, ähm... Der, äh... Laptop-Bildschirm, der würde... Der würde 144 FPS schaffen, aber die Grafikkarte nicht. Und im Stream haben wir so oder so nur 60 FPS. Und mein Gaming-Monitor schafft so oder so auch nur 60 FPS. Ja? Ist ein Wunder, dass der überhaupt HD schafft. So, Hannah, ähm... Ich wusste deinen Namen nicht mehr, jetzt weiß ich ihn. Äh, danke für die Hilfe. Nicht. Okay, hatten wir alles. Gut. Dann, äh, äh, aus dem Fahrstuhl sind wir gekommen. Hier? Oh, das sieht aber schön aus. Oh, Webcam, warte, Freunde! Nee! Das sieht aber echt schön aus hier. Wo muss ich eigentlich hin? Oder gibt's hier noch irgendwas, wo wir noch nicht waren? Nee. Hier waren wir hundertprozentig schon drin. Ja, ja. Hier waren wir schon drin. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Ja, oh mein Großer! Hey! Na, alles gut? Kann ich ihn streicheln oder so? Ich will ihn streicheln! Hey! Großer! Na, chills hier geil in der Sonne? Oh! Ja, ein feinibisse! Ein ganzer feinibisse! Ich wünschte, ich könnte streicheln! Geht aber leider nicht. Geht aber leider nicht. Also ab zum Endkampf. Geht aber leider nicht. Also ab zum Endkampf. So! Webcam aus, Freunde! Jetzt gibt's nochmal eine kleine Cutscene und dann gibt's gleich schön... So. Kann jetzt nicht mehr passieren. Ah! Aber trotzdem ärgerlich, dass das jetzt ein zweites VOD geworden ist. Naja, egal. Freunde! So! Ich bin gespannt! Endkampf! Naja. Naja, natürlich vorher nochmal ab. Ich bin auch gleich. Naja, natürlich kann ich vom Department an mind. bis zum Ende desert! informação nie? Es ist der Grund, in mining Canal ¿arya? Man hat은 zwei, dash, dash! Man hat erzählt, dass unsere Meinheitkedungnej nicht Анд Vale und darf nicht! Er ist ein zweites money! Man hat endlich possível. Mir gibt's einen zuschön, wenn er nicht wieder... trigger Sie mein Lieblings거inator 1. Jürich seine ir ruggedemização? Ja, ja, das ist Their Problem. Okay, irgendwas ist anders dieses Mal. Das war's? Ich dachte, jetzt kommt Endkampf gegen Dingens... Äh, 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 wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Adira. Äh, ja. Es ist jetzt gerade echt wieder krass laut geworden, ne? Äh, what's going on? Ist das jetzt der Weg zu Adiras Geschichte oder der Weg zu Adiras Bossfight? Da kommt man hoch, ne? Äh, ciao. Ich dachte, da kommt man lang, ne? Darf man doch wohl mal denken, oder? Hä? Lol, warum starten wir jetzt wieder hier? Äh. Okay. Ich lass einfach mal die Webcam aus, ne? Weil, äh, ich nicht weiß, was jetzt gleich passiert. Das war knapp. Was jetzt gleich passieren wird. Ah, da, Blume. Noch ne Blume? Ne, klettern. Okay. Also, ich hab jetzt das Gefühl, wir müssen uns den Turm hochkämpfen und dann oben kommt der Bossfight. Wetten? Oh, Gott. What the fuck is this? Also, ich seh da wieder ne Hallblume. Das heißt, hier kommt definitiv jetzt der Bossfight. Sind wir bereit? Also, seid ihr alle bereit? Also, ich bin... Äh... Oh, Gott. Oh, Gott. Die besessene Adira. Ich habe dich schon erwartet, Mädel. Ah, genau, Alter! Was? Wo... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist das jetzt wieder für ein Endgegner, hä? Ich weiß nicht. Muss ich bloppen? Muss ich bloppen? Ich habe keinen Blop... Ähm... Was? Ja, genau! Einfach durch das Ding hindurch, oder was, Mädel, hä? Ich glaube, das... Okay, die Dinger zerplatzen einfach an hier. Äh... Ich kann auch keinen Rod-Angriff machen. Hä? Äh... Okay. Aua, aua, au, 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 au. Ja, warte, 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 warte. Ich habe jetzt erst das Prinzip kapiert. Entspann dich doch mal. Hallo. Lernkurve gleich Null, Bruder, ja? Kapierst du das? Ey, der kommt einfach immer da durch, ne? Yo, Alter, was? Okay, komm, kill mich. Ich fange nochmal von vorne an. Ich fange nochmal von vorne an. Holy shit. Okay. Ich muss auf das Ding in der Mitte, weil... Weil das sie beschützt. Okay. Habe ich ein bisschen... Was? Warum wieder hier unten? Wie... Also hier ist der Safe Point jetzt. Hä? Okay. Ey. Okay. Alles klar. Unfähre Angriffe kann ich auch. Ja. Nee, daneben. Fuck. Jetzt muss ich warten. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Jetzt. Yo, Alter. What the fuck, Alter? Nee, warte, was? Was? Ah, fuck, ich hab vergessen. Ja, mein Fehler. Ah. Ist das Ding in Down? Kann ich angreifen? Fuck. What? Ja, genau. What the fuck, Alter? Übertreib doch nicht, Mädel. Ich will dir helfen, weißt du das? Ich will dir helfen, Mann. I'm willing to help you. Hey, wie soll ich hier denn Leben abziehen? Ich hab's irgendwie immer noch nicht gecheckt. Ich kann hier nicht wirklich was abziehen, ne? Äh. Ich hab's nicht gecheckt. Alter Komm, ich hab keinen Pfeil mehr Ich hatte keinen Pfeil mehr Mann Ich muss erst mal meine Pfeile komplett aufladen Wieso kriegt ihr mich jedes Mal? Ja, genau Das war knapp Moin, na, was geht? Alles fit bei dir Ciao Wieder daneben Mann, warum bin ich so schlecht? Ja Kenn ich schon Hast du noch was Neues auf Lager oder? Scheinbar nicht Okay Okay Okay, ja, ja Mach du nur Mach du nur Wie gesagt Ja Ne? Haben wir es jetzt bald, my friend? Es ist echt langweilig geworden Weißt du das? Es ist echt langweilig geworden mit dir, my friend Ja 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 Hau drauf wie du willst, Junge Hau drauf wie du willst Es juckt mich nicht Guck mal da Du stehst auf meinem Lebenspunkt Easy Ah Wirklich So Junge Gehst du mir auf die Nerven, Alter Ich hab noch kein Dingens Okay Jetzt Ich brauch nicht mehr viel Ne? Das ist dir klar, my friend Das ist dir hoffentlich klar Dann hab ich gewonnen Du verloren Und du kannst mich mal sowas von Am Sack lecken Wirklich Lutsch mein Schwanz Ja Achso Ich hab noch gar keinen Blob Warte mal Viel Äh So Jetzt Easy Zack Du kannst mich mal Ja, ja Genau, genau Den Wärter ab Juckt ihn natürlich nicht Ja, ist klar Ist klar Haben wir's? Ja? Okay Und wieder daneben La 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 Haben wir's jetzt? Gott sei dank Du dreckige Schlampe, Alter Hau ich nochmal drauf Schön, dass mir keiner was gesagt hat Dass die Webcam die ganze Zeit off war So, Adira Dann erzähl mir mal Nach nem Ladescreen Die Tage ist das laut Aber sie nicht vollständig verstehen ihren Potenzial. Hanne und ich haben einen Weg gefunden, um die scattered-energie der Mountain zu fangen. Ich dachte, dass es für Jahre dauern würde. Aber die Stadt hart hat angefangen. Das war nur der Anfang unserer Probleme. Das war etwas falsch. Die Fähigkeiten verabschieden, und die Züge verabschieden die Lande. Hanne ist weg, um zu suchen, um die Züge zu retten, um unsere Stadt zu retten. Ich habe sie gesehen, um sie zu gehen, zu wissen, dass ich sie nie verlassen würde. Die Meeks kam zu Monaten. Und sie hat nicht zurückgebracht. Wir haben alles versucht, um die Züge zu retten, aber nichts funktioniert. Ich wusste, dass unsere Haus verloren ist. Aber ich konnte keine Hanne verlassen. Ich musste sie helfen, um sie zu finden, um sie zurück zu finden. und sie zurückzuziehen. Ich wurde auf dem Weg zurück. Ich habe die Züge zu retten. Ich habe die Züge zu retten. Ich habe die Züge zu retten. Wie verdammt geil diese Cutscenes einfach gemacht sind! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich kann nicht verstehen, was ich in meinem Herzen ist, dass ich ehrlich bin. Ich fühlte mich, dass ich sie verletzt habe. Die Leben, die wir uns verletzt haben, wird weg. Das Angst hat mich verletzt, und ich verletzte alles, was wir erschaffen haben. Ich habe jemanden verloren, und das Gefühl, sie zu vergessen, schütze ich mich. Aber ich habe mich gefunden, Hana, und ich weiß, dass deine Liebe ist stark. Selbst nach all diesen Jahren, was du zusammengebaut hast, ist noch ein Teil der Land. Ihr bond wird niemals verletzt. Einfach nur schön. Einfach nur, wow. Dafür hat sich der Bosskant doch gelohnt, oder? Darauf habe ich gewartet. Krass, 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 krass. So. Hab dich. Hab dich. Was. Brauche. Aber sehr, wie alle. Wenn du nachhosen kannst. St.